Ok, ok, da vorne muss ich hin, ok, da fliege ich locker hin. Hier noch jemand, der sich versteckt, nein. Och Gottchen, komm her. Ich kann dich nicht einfach so zurücklassen, tut mir leid. Aha! Strömt hier Gas aus, oder was? Ok, anscheinend strömt hier irgendwie Gas aus, aber die scheinen trotzdem keine Angst davor zu haben und ballern trotzdem los. Och, wieso nicht? Ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn man so ein bisschen Gas austritt. Ist ja nicht so, als könnte er uns da töten. Nein! Links von mir ist auch noch einer. Boah, war das nicht gerade genial gelöst? Ohne Witz, das war doch gerade sowas von genial gelöst. In die Füße geschossen, damit er auf die Knie geht. Und dann in den Kopf geballert. Oh. Oh. Da klingt doch noch Top-Agent hier. Links. Da oben, oder was? Oh. Da. Wo denn noch? Ach, da. Ok, das war jetzt ein Schuss. Der hat super getroffen. Muss ich mir selber für Respekt vergeben. Da oben ist anscheinend, der haben wir mal mit dem Gauß ge... Oh, 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 da. Erwischt. Nur bringt mir das nicht viel, weil ich hier nicht wirklich weiter kann. Ok. Oh Gott. Wisst ihr eigentlich, wie verdammt verwirrend das Ganze jetzt gerade ist? Ich muss jetzt wieder irgendwo hier... Komm. Nein, 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 nein. Wo kommt der denn? Nee, 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 komm. Ich frag mich das jetzt nicht, ich versuche jetzt einfach hier die richtige Richtung zu gehen und scheiß drauf. Den wollte ich noch umstoßen und über das Geländer hauen, aber ansonsten... Nee, ich verziehe mich jetzt. Und das Projekt Stalker Shadow of Chernobyl dauert jetzt noch irgendwie länger als gedacht. Wenn ich darüber jetzt mal nachdenke. Hätte ich im Grunde nur den Wunschgönner genommen und wäre da hingegangen, dann wäre ich jetzt ehrlich gesagt schon längst durch. Schon seit knapp einer Stunde ungefähr, würde ich das einfach mal so sagen. Keine Ahnung, ob das jetzt ungefähr hinkommt, aber... Könnte zumindest sehr gut hinkommen. Oh, ich muss mich erstmal richtig hinsetzen hier, ey. Ist ja voll die Qual gerade. Okay, der da hinten geht mir sicher gleich wieder auf den Sack, wenn ich da vorbeilaufe. Wo muss ich hin? Das ist gerade so... Das ist gerade wieder so pfefferend, Mann. Ey, wo kommt die alle mal her? Wie können die so gut treffen, verdammt? Ohne Witz. Ich will auch. So, nochmal Medikit nehmen. Also, wo zur Höhle könnt ihr hier herkommen? Die spawnen ja nicht alle neu, das weiß ich ja. So. Die müssen ja irgendwie von hier hinten antanzen, oder? Weil wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, dass ich, als ich gerade hier war... ...da war da kein Schwanz. Und am Anfang stand hinter mir einer. Die müssen ja irgendwo hier wegkommen. Ist ja auch vielleicht irgendwo was reinjumpen soll. Ne, auch nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ne, daran hochjumpen auch nicht. Vielleicht da vorne irgendwo durch. Ach, Kinder. Das ist gerade schon so spät, ey. Und ich muss hier noch... Und ich bin jetzt gerade noch am zocken, ey. Das passt einfach nicht. Ne. Da kann ich ja auch nirgendwo lang. Hier muss es doch irgendwo einen Weg nach oben geben, verdammte Scheiße. Gucke ich mal hier. Ja, ich bin zu erschöpft. Oh, hier sieht das doch irgendwie vielversprechend aus. Da. Ich habe noch zwei Granaten. Gönne ich mir. Und da vorne müssen wir auch durch. Oh Gott. Welch Wohltat. Okay, jetzt müssen wir hier noch überall quer drüber. Nicht so toll. Aber schön, was die alles hier für Waffen haben, ey. Eine ziemlich interessante und starke Auswahl. Oh, ne. Ich bleibe erst mal stehen. Aber wo war ich? Ne, ich kann ja weiterlaufen. Bis ich bei dem Ab, wenn man bin, ist ja alles schon wieder vorbei. Und hier rüberspringen. Und der Typ da hinten geht mir auf den Sack, ey. Ich bin ja kein Unmensch, deswegen töte ich den. Scheiße. Vor Lachen komme ich die Leiter nicht mehr um. Nein, nein, das haben die nicht getan, das haben die nicht getan, das haben die nicht getan, nein. Das haben die nicht echt getan, das haben die nicht echt getan. Wie können die von Stalker das machen? Wie? Wieso? Und wieso klemmst du? Wieso klemmst du? Du darfst nicht klemmen. Ich muss hier in die Ecke, ich muss hier in die Ecke. Nein! Nein, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Und zwar hier oben. Bis gleich. Oder nee, ach scheiß drauf, bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ja, und ich zieh das jetzt durch. Der liebe Sidorovic. Oh Gott, ich werd mich jetzt einfach mal beeilen. Alter, wie abgefuckt ist das denn? Auf einmal spawnen da so viele. Alter, und da kann doch keiner mit rechnen, verdammt. Noch ein paar Mal in die Klötze schießen, das hilft immer. So, es kommt schon. Weißt du, dass du hier irgendwo bist? Betrug. Ich hab keine Granaten, wollt ich mich verarschen? Ich hab seine GP aufgenommen. Ja, weniger gut, aber naja. So, erwischt. Hier dürfte jetzt keiner mehr sein. Und wenn, dann gehen sie mir einfach alle auf den Sack. Oh, ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier einfach nicht mehr sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wie viel muss ich hier eigentlich noch laufen, bis ich wieder an derselben Stelle bin wie gerade eben? Ich glaube, viel, ne? Aber das ist mir jetzt egal. Oh, ich glaub, ich nehm jetzt schon seit knapp drei Stunden auf, ey. Okay, Soja trieb mir jetzt nicht. Zwei Stunden ungefähr. Hier bin ich jetzt wieder, okay. Okay, okay, ich seh schon, ich seh schon. Ich werd hier von beiden Seiten penetriert. Von allen Seiten im Grunde. So, da dürfte auch noch einer sein. Ach, egal. Ich werd jetzt hier einfach hochgehen. Scheiß drauf. Hauptsache, ich komm da irgendwo in der Seite. Na ja, Anzug! Schaut mal, Battles! Deuer Anzug! Okay. Alter! Weißt du eigentlich, wie sehr du mir auf den Sack gehst, Kollege? Ah, jetzt spawnen da noch mehr. Also ich, äh, persönlich könnte das jetzt nicht so ordentlich verkraften mit dem ganzen... Komm schon! Wieso spawnen hier so viele? Jetzt mal echt! Ja, komm, ihr könnt natürlich alle versuchen abzuknallen. Ach, Mann. Und da hinten ist da immer noch einer? Ne, da ist keiner mehr. Das war wirklich nur der letzte, den ich da vergessen hab zu töten. Find ich ja jetzt ein bisschen süß, dass er da extra... Äh, dass er extra da geblieben ist und, äh... Ja, um mich da jetzt irgendwie zu begrüßen. Finde ich echt süß von dem, aber naja. Den Arsch gesämmelt. Diesmal hat er sich nicht selbst umgebracht. Alter. Oh, Junge. Nicht gut. Alter! Wie kann der so gut zielen, wenn hier alles so am wackeln ist? Ist der weg? Ist der weg? Ja, der ist weg. Das ist gut. Der ist auch weg. Und da oben ist anscheinend nur einer. Alter! Ist doch gut so, Mann. Okay, dann sind wir ja schon wieder relativ schnell hier. Oh ja, oh, 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 oh. Würde ich sagen, schmeiß ich direkt, wenn ich da oben bin, einfach mal ein paar Granaten. Und unser Kampfanzug ist schon wieder so gut wie am Arsch, ey. Junge, wie viele das sind? Ey, das ist ja nicht mehr normal. Oh, bis gleich.